Rito... Gut... Alles extrahieren... Alles extrahieren... Alles extrahieren... Alles extrahieren... Alles extrahieren... Das verkaufen wir! Alles extrahieren... Oh... Oh Gott... Okay, 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 okay... Agucanthus ist gestorben... Und wieso weiß niemand... Doch es war... Eine Dinosaurier-Attacke, weil sie sich den... Haark nicht teilen können... Jetzt eine Sache schlaffis... Gut, nur aus reiner Boshaft... Tüchte ich wieder ein... Okay... Agucanthus ist gestorben... Wieso weiss niemand... Wahrscheinlich, weil er zu dumm war... Turosaurus ist gestorben... Wieso überhaupt... Das wieder... Naturell... 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 Turosaurus... Wieso... Dino-Attacke! Oh... Wahrscheinlich hat er einen dummen Sack... Wieso einen Turosaurus anzugreifen... Ha 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 ha... Dann ist er selber schuld... Ah, ich meinte noch... Ich zeig das Video in dem Sack... Serious Repairs... Echt? War nicht gemerkt... Danke... Ich habe ja alles gesehen... So, noch mehr, noch mehr, noch mehr... Yes... Delete... Uh... LevyFing... Der Axis... Dies ist für eine weissere Qualités... Ja... Gut... Na... Da fällt mir an... Ich sollte vielleicht mal aus schauen, dass... Was?! I hope you realize that one of your visitors' Shots left the park... Finter... Alles genau weissere Security... Hä?! Was ist Security?! Das ist doch alles gut mit Security! Kein Problem mit Security! Alle... Alle Zäune sind im Takt! Was gibt's hier denn wegen Security, verdammt? Hä? Ich glaube nicht, was sie meinen. Das ist in Ordnung. Alle Zäune sind in diesem Zustand wieder. Was gibt's denn zum Motzen, verdammt? Was gibt's zum Motzen? Alles ist ganz, alles ist gut. Dann nehme ich meinen Hut. Was der meint? Was die meint? Hä? Mal nachschauen. Was sagst du? Das ist das Scheißhaus. Was sagst du? Keine Ahnung. Ich habe den Eintritt noch nicht erhöht. Hä? Das wäre schon in die Hose gegangen. Aber gut! Jetzt aber mal zu uns. Dinosaurier. Von wem haben wir nichts? Wir haben Aquacanto 1, Tyrannosaurus 1, Verloziraptor 5, wir haben Verloziraptoren, ja, wir lassen so, wir lassen so, wir lassen so. Ich kann nichts unlocken, oder? This site is locked, you will gain access to more sites as your star rating increases. Das heisst, erst mehr Sterne, dann mehr, Ausgrabungsstelle, Arschlocher. Gut, Extract, 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 und das hat Dr. Settler. Ah, Aquacanthus ist gestorben und darf ich dann mal raten, wieso? Natürlich wegen dem. ...Zirann aus, du machst mich langsam. Gut, wir haben hier ein leeres Gehege. Dann nochmal vier bis wir einen grösseren Fleischfresser bekommen. Hat ich überhaupt das richtige Gehege? Jetzt ist sie bei uns das richtige Gehege hier. Wie ist das mit den neuen Dings, oder? Nö, das ist das Leere. Das ist gut. Hanni Wurf wieder. Genau, gut. Ich glaube, wir lassen zu essen ein paar... Was? 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 Was ist passiert? Wieso ist der denn da? Wieso läuft der rum? Scheiße! Abknallen! Sofort! Aber wirklich? Ja! Wie ist... Wie ist... Wie ist... Sehr verdammt nochmal! Er ist mit dem Gehege gekommen. Wo hat der sein Gehege überhaupt? Hier! Wahrscheinlich ist der rausgekommen aus... Das tut mir jetzt aber leid! Scheiße! Ein Todesfall! Hm... Das ist scheiße! Ein Todesfall! Weil ich nicht aufgepasst habe! Okay, ich bin John Hammond! Das ist ja toll! Natürlich ist es nur ein Spiel! Trotzdem! Knall den ab! Knall den ab! Ist mir egal, ob es jemand sieht! Ach, scheiße! Scheiße, 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 scheiße! Ja, ich weiss! Ich weiss! Ich weiss! Halt den Deck! Knall den ab! Das ist scheiße! Das ist echt scheiße! So! Okay! Aber was ich ja eigentlich schon lange machen wollte ist... Ist das Tyrannosaurus oder das andere Gehege? Oh, ich gehe einen Durchblick nicht mehr hier! Das ist das andere Gehe... Hä? Moment jetzt... Nee, das ist das grosse Gehege! Okay! Nein, das ist das... Meitsch! So... Was gut ist, wir haben mehr Sinosaurier als Besucher! Oder ist das nicht gut? So, hier ist das Tyrannosaurus Gehege! So, so sehe ich das gern! Und... Darunter sollte das andere Gehege sein! Ist das das auch? Happyborn? Nein! Hä? 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 Hey! Happyborn! 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 Hä? Und auch ein Carnivore wieder! Ja gut! Ach komm! Ach komm Kanto! So! Raus mit dir! Was haben wir? Das ist denn jetzt schon wieder... Natural! 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 Gut! Ähm... Ja! Was ich eigentlich gerne haben würde... Wer? 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 Wo haben wir es? Hier! Ne! Doch! Ne! Doch! Oh! Das ist doch klug! Genau das was ich nicht wollte! Okay! Ja! Dann... Dann mache ich hier noch die Schutz... Hier hin! So! Hier doch noch ein! Und für alle Sicherheit! Hier noch schön in der Mitte! Dann sollte es... Die Fieder nicht beeinträchtigen! Wäre ja schade, wenn der Stress... Der von den... Futter... Zapfen... Äh... Weggedrängt werden würde! Warte! Okay! Jetzt suche ich das hier! Und ich suche... Außerdem... Es läuft irgendwie nix! Ne! Es läuft irgendwie nix! Zugang ist da! Ich glaube ich mache mal den Eintrittspreis ein bisschen runter... Gut! Und zwar... Auf... Zwei tausend! Zwei tausend! Ich könnte fast... Tausend runter! Ja komm! Aktion! Ich bin so großzügig! Ja! Wir haben ihn schon! Ganz schön ok! Ja! Die sind beide... Ja! Wäre nicht logisch! An jedem Eingang einen anderen Eintrittspreis gäbe ich das WFK! Wie die Katz! So wie sieht es jetzt aus hier? Du weißt den richtigen? Ja! Das ist das Tyrannus ausgehegelt! Das ist gut! Gestorben! 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 Was hat der denn nicht wieder? Was? Geht's dir nicht gut? Dann verlebt ihn mal wieder! Was ist denn? Ah! Ich möchte ja auch noch schnell ne? Gut! 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 Sonst ist nix! Sonst ist nix kaputt! Viel Saui haben wir jetzt? Oh! Saui! 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 Oh! Quarito nix mehr! Quarito nix mehr! Quarito! Quarito! Wo ist dieses Gehege? Gut! Also doch! Okay! Dann lassen wir mal ein paar Quaritos raus! Tadadadadadang! Tadadadadang! Thunderstorm! Ist das schlimm? Ich glaube, um Goodwill zu zeigen, machen wir erneut den Ladentist! Denn wenn es um den Blitz kommt, kann es doch sehr unangenehm werden für die Besucher! Und das wollen wir ja nicht! So! Ja! 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 Ja ja ja! Welcome! Gehen Sie in Sicherheit? Ja! Sehr gut! Das ist gut! Naja! Was ist die Tropeninsel? Hä? Was sind wir denn jetzt in Wechem? Ah! Hat er es doch geschafft! Gut! Und der kommt nicht nach, weil er abgedrängt wurde. Okay! Es klappt! Es klappt! Es klappt! Und die Besucher sind... Die Besucher sind... Erfreut? Nicht erfreut? Ja, der rennt jetzt um sein Leben. Gut. So. Ja, sie rennt jetzt eben zu den... Weil das eine Emergency ist. Das ist schon in Ordnung. Das ist schon in Ordnung. Aber... Das hatten sie noch eine schöne Fahrt. Okay. Doch der Grand findet nichts. Das ist auch nicht so schlimm. Und sobald, dass es wieder aufgehoben ist... ...möchte ich dann schon irgendwann mal mit... ...dem anderen... ...auto... Ja, ich verziehe hier wieder... ...falschen Blickwinkel... ...falschen Blickwinkel... ...äähm... ...ja... ...so... Immer noch, immer noch, immer noch am stürmen... Haben wir überhaupt hier? Äh, Raptoren? Raptoren! Doch! Wie haben wir von denen? Wie haben wir von denen? Raptoren, Raptoren... Fünf! Ja! Aber wir dürfen ein paar mehr machen, ne? Okay, haben wir noch... Drei raus, das ist schon gut... Syracusarus kollapst... Was ist denn jetzt schon wieder? Wieso bist du immer am Kollapsen, ne? Du bist so ein Weihrei... So... So, 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 so... Yes! So, der Sturm ist vorbei, das heisst... Aufheben... Yes! Ich hoffe, das hat euch gezeigt, ich kann es doch! Oder nicht? Äh, okay, ich dachte, es sei vorbei! Okay, dann halt doch wieder, tut mir leid, falscher Alarm! Jonathan Park ist jetzt closed! Der Wetterbericht könnte echt ein bisschen genauer sein! Haben wir eigentlich nicht hier Wetterbericht? Wetter, 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 Wetter... Das sind hier verdammte Wetterberichte! Kann ich das echt suchen gehen? Options, Controls... Was? Wo haben wir das? Move, Down, Down. Build, Fath Mode, Objektive, Go to, Research, Fossil, DNA, Fossil, Mail, Delete, Island Map, Tabulator, Quick-Lock, leer, LandL... Land L. Und leer. L und Leertaste. Ich will doch jetzt mal sehen, was das macht. L. Macht gar nichts. Und leer. Macht noch weniger. Ah, hier haben wir sie auch. Mit Tabulator. Thunderstorm, Sunny, Sunny, Sunny. Am 23.05.07.08. Was ist das für eine Wetterprognose? Was ist das für eine Wetterprognose? Das stimmt aber jetzt nicht Wochen oder... Was ist denn jetzt wieder? Ah, okay. Wurde wohl der Blitz eingeschlagen. Das hätten wir... Ja, immer noch Thunderstorm. Ansonsten geben wir die... Oh Gott. Ich will nicht sagen, aber kann der mal aufhören zu nerven? Ach, irgendwie mag ich so eine lange Session. Ja, ja. Ja, sieh, 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 sieh. Ja, sieh, 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 sieh. Ist das doch schön. Yes. Gut. Was sollen wir hier machen? Yes. Wieder alles im Griff. Stray. Haha. Ja, das war mal ein Send von Jürgen Dreefs, wo seine Ramona immer wieder kam und nein, nicht nackig war, sondern eine Assistentin und ja. Ich warte nicht darauf, dass endlich mal dieser beknackte Dings hier anläuft. Der eigentlich auch. Äh, hier unten war ja der blöde Dings hier. So. Aber der ist nicht nackig, oder? Ich warte jetzt einfach mal, 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 bis der kommt. Okay, erstmal müssen wir jetzt besuchen kommen, oder? Ach, ist ja schön, wenn man so mitten in der Nacht aufnimmt. Na gut, mitten ist das nicht. Es ist halb zwei Uhr morgens und um ein Uhr morgens habe ich angefangen. Wir haben schon über 500.000, ja, ich glaube, den Einschättspreis lassen wir mal. Manu 15 besuchen? Das ist wenig. Eigentlich will ich ja eh die Dings, die, 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 die. Was ist denn jetzt? Ja, sie haben so kollapsiert. Oh Gott. Lass ihn halt. Vielleicht ist sie zeitspannend jetzt. Das ist ja eh bald am Arsch. So. Ja, ich habe das Gefühl, ich bin ja auf der falschen Seite. Aber hier, so. So schaut ja sie mir an. Nein, eigentlich nicht. Aber jetzt ist es auch egal. Und hier sind dieses. Die Akkantor. Und hier sollte eigentlich schon ewig lang. Ewig, ewig lang sollte hier. Mal ein Auto kommen. Aber es kommt keins. Ich würde gehen Fotos machen, aber die Besucher sind nicht da. Ist das nicht schön? Colonundo. Yülten. wanting. studio. Mitunter radio? because dr grant. Do 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 do. De. 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 Die. Untertitelung des ZDF, 2020